Die Kommissionspräsidentin der EU, von der Leyen, hat die Mitgliedstaaten zu schnellen Waffenlieferungen an die Ukraine aufgerufen. Der Bild am Sonntag sagte sie, nur so könne das Land im Abwehrkampf gegen Russland bestehen. Sie unterscheide auch nicht zwischen leichten und schweren Waffen. Der Krieg solle so schnell wie möglich enden, könne schlimmstenfalls aber auch noch Jahre dauern.